Hallo und herzlich willkommen zu Soccer 5X, dem Wissensportal für Fußballprofis. Mein Name ist Heiko Sander, ich bin Diplom-Fitnessökonom und im Profifußball als Schnelligkeits- und Athletiktrainer sowie als Referent des Bundes Deutscher Fußballlehrer tätig. Entstanden ist die Idee für ein Wissensportal aus meiner täglichen Arbeit mit Fußballprofis der 1. und 2. Fußball-Bundesliga und durch den Blick hinter die Kulissen des deutschen Profifußballs. Hier ist mir aufgefallen, dass in vielen leistungsphysiologischen Bereichen rund um den Fußball große Leistungsreserven brachliegen bzw. noch viel ungenutztes Leistungspotenzial vorhanden ist. Glücklicherweise hat in den letzten Jahren ein Umdenken bei Spielern und Trainern stattgefunden. Wesentlich mehr Trainer und Spieler sind heute der Meinung, dass neben Technik und Taktik auf alle Leistungsfaktoren eingegangen werden sollte. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, bietet Soccer 5X allen interessierten Trainern und Spielern eine riesige, kostenlose Plattform des praxisorientierten Fußballwissens. Wir unterstützen euch durch professionelle Leistungsoptimierung im modernen Fußball und helfen euch so, dauerhaft erfolgreich zu sein. Hier findet ihr mehrere 100 Trainings-Videoclips für modernes Schnelligkeits- und Athletiktraining. So könnt ihr euch informieren, wie man effektiv und zielgerichtet schneller wird, seine Sprungkraft verbessert, mehr Zweikämpfe gewinnt und vieles mehr. Kurzum, einfach, erfolgreicher Fußball spielt. Um eine bessere Übersicht zu haben, haben wir die Clips in Kategorien eingeteilt. Zu jedem Clip findet ihr eine ausführliche Beschreibung zur Durchführung, sowie ein mögliches Belastungsgefüge für eine Trainingssteuerung und natürlich das Trainingsziel. In unserem Shop findet ihr übrigens alle Trainingshilfen, die ihr zur Durchführung der Übungen benötigt. Damit ihr euer Training abwechslungsreich gestalten könnt, werden wir permanent neue Übungen in unserer Videothek präsentieren. Es lohnt sich also, regelmäßig reinzuschauen. Es erwarten euch zahlreiche spannende Interviews verschiedener Persönlichkeiten des Fußballs. Funktionäre, Trainer, Spieler, Sportwissenschaftler und viele weitere antworten exklusiv nur bei Soccer 5X ausführlich auf Fragen rund um den Fußball. Interessante Berichte mit Blick hinter die Kulissen des deutschen Fußballs ergänzen die informative Berichterstattung. Darüber hinaus warten super interessante und hochinformative Multimedia-Seminare auf euch. Per Videoclip bekommt ihr aufklärende, leicht verständlich aufbereitete Fachinformationen verschiedener Themenbereiche des Fußballs als Antwort auf eine Fragestellung erklärt. Um hieraus einen großen Nutzen zu ziehen, wird Wissen praxisnah durch viele Fallbeispiele vermittelt. Denn nur wenn man leistungsphysiologische Zusammenhänge kennt, kann man das Potenzial leistungsorientierter Fußballer zielgerichtet steigern. Auch hier werden wir euch regelmäßig mit neuen Kurzseminaren versorgen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Für den Fall, dass ihr eine individuelle Betreuung vor Ort wünscht und professionell von uns trainiert und betreut werden möchtet, findet ihr unser Leistungsspektrum in der Rubrik Persönliche Betreuung. Fußballspezifische Leistungsdiagnostik, Ernährungsanalysen und Ernährungscoaching, Schnelligkeits- und Athletiktraining, physiotherapeutische Behandlung, rehabilitatives Aufbautraining nach Sportverletzung und mentales Training bieten wir durch unsere erfahrenen und vielfach qualifizierten Spezialisten als Einzel- oder Mannschaftsbetreuung an, damit euer individuelles Leistungspotenzial optimal ausgeschöpft werden kann. Tja, nun liegt es an euch zu entscheiden, was von alledem in eure persönliche Trainingsphilosophie passt und was euch in der Praxis weiterhilft. Und denkt immer daran, die Konkurrenz schläft nicht.